halli hallo hallöchen und herzlich willkommen zurück zu diesem wunderbar kuriosen spiel namens ilia wir sind wieder auf dem weg zum engineering server core reactor core haben gerade ein passwort code ding mitgenommen mitgehen lassen sagen das mal so und werden jetzt versuchen von dieser raumstation von diesem schiff zu entkommen ja ja hey dude so darf ich jetzt wieder rennen dankeschön hab's eilig warum geht das jetzt nicht habe ich irgendwas ich hab doch da muss ich das mal gucken drei 1 5 5 ok was es ist friday again please make sure backup and reset all ai mainframe positions for the week don't forget to look it lock it tschuldigung most importantly use your personal pokey with extreme caution and only in case of emergency friday west 5 4 6 9 Oh Gott, ey. Ich dachte, ich muss an den... Ich habe wahrscheinlich wieder einen Denkfehler, ne? Oder nicht richtig gelesen. Wie das immer so ist, ne? Hä? Das habe ich aber... ...mega nicht gelesen. Was? Hä? Hallo? So, mal gucken. So, feide. Aber ich habe doch jetzt den Poké. Warum kann ich denn... Reset Configuration. Ah, jetzt haben wir das dabei, ja? Gut. Haha. Alles klar. Warte mal. Gott, bin ich dämlich. Ein bisschen. So. Friday. Äh... F1, A3. F1. A3. Ich habe es mir nicht gemerkt. Warum kann ich denn... So. F1, A3, C1, F3. C... 1. War das falsch? F3. 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 Das ist anscheinend falsch, ne? Aber warum? B2. Ich verstehe nicht. Ach. Weißt du was? Ich schreibe das mal eben auf. So. F... 1,1, F1,1, A2,3, A1,1, F1,1, F2,3 und B2. B, zwei Striche, zwei. So. Nummer A. F, eins, eins. A, zwei, drei. So weit, so gut. C, eins, eins. F, zwei, drei. Gott, bin ich doof. Und B, zwei, zwei. Well done. Now place your wrist come against the link port to pair it with the mainframe. Auf klar. Please add permission to start the process. What? Ah, okay. Passt. Hallo, River Lair. Hallo. Hallo, portable cars. Now I must signal the captain that you have wrongfully gained access to the mainframe. Halt die Fresse, Alter. I must follow protocol, remember? I advise you to hurry to the escape pods now, as it is highly likely that someone will try to apprehend you. Take good care of her, portable Cass. Aye, aye, Captain. This is getting far too schizophrenic. Only a little. Good. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Lauf! Here we go. What are you doing, Jones? I'm sorry, Captain, but I can't waste any more time. You can and will do as you told. Report to the bridge immediately. I'm not the military captain. I have other loyalty. Yes, you're making a big mistake, Doctor. Cass. Yes, River Lair? Any ideas? You are alone on the deck. I'll temporarily block the elevator. But how do I get to the escape pods without the elevator? Go to maintenance core and from there take the maintenance shaft down to deck one. Keep in mind that it is 25.321 meters deep. So gravitational thrusters will be crucial. Now turn off your RESTCOM until you've reached the pod. Otherwise they will detect you. Ah, okay. Darf ich jetzt wieder? Danke. Gott. So. Achso. Oh, fuck. Alter, werde ich sterben? As my Bulgarian friend used to say. Metschka strach. Men ne strach. Ah. Alles klar. Ähm. 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 Hm. 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 Ähm. Das war, glaube ich, nicht ganz so richtig, wie ich mir das erhofft hatte. Ja? Ja. Vielleicht hätte ich besser lesen sollen. Hm. Überraschung. Hätte ich mich irgendwo festhalten können? Ich weiß es doch nicht. Verdammt. Gibt's doch gar nicht. Hm. Ach komm schon, das hatten wir schon. Ja, ja, hier und so. Bam. Passt. Das ist herrlich richtig. Serverkern. Ich habe die Idee. Warum ist das leer? Warum ist das leer? Stimmt, aber wer hat das mitgenommen? Darf ich mir so einen mitnehmen? Darf ich nicht. Dann ziehe ich halt den an. Gut. Dann hätten wir das Problem, glaube ich, auch gelöst, ne? Mit dem dezent harten Aufschlag. Ach. Ach so, ja. Wow. Jetzt ist die Frage. Wenn wir jetzt hier runterspringen. Was passiert dann mit uns? Ich meine, wir haben jetzt so einen super-duper-Anzug an, ne? Beziehungsweise eine Leiter oder so? Wie mein bulgarischer Freund gesagt hat, ist das Kostraff. Jetpack. Danke, Kaz. Danke, Kaz. Danke, Kaz. Deck 1. Ach so. High Pressure shaft. Lethal Air. Was? Okay, ich bin nicht Angst. Du bist nicht aufgerufen. Oh, fuck, ey. Nicht umdrehen. Hab ich nicht ne Taschenlampe oder sowas? Oh, fuck. Ich hasse mein Leben. Lalalala. Ein bisschen. Lalalala. Okay. Oh. Oh. Das ist doch das Ding aus unserem Kopf. Was macht das hier? Was ist das Ding? Ich will dem Ding nicht hinter... Doch, ich will hinterher. Doch, ich will hinterher. Nein. Nein. Wir sind auf Deck 1, ne? Ach, wir sind auf Deck 1, ne? Ach, komm schon. Run. Run, River, run! Okay, River, okay. Boop, 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 boop. Boop, 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 boop. I weiß nicht, wo ich hinlaufe. Ich laufe. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh. Okay. Oh, okay. Oh. Hm. Oh, fuck. Oh. Oh. Komm, Kaz, du kannst es tun. Es gibt nichts, was du nicht tun kannst. Ach so, ja gut, dann nehme ich den. Den nehme ich auch nicht. Nehme ich den? Auch nicht. Ja. Ist alle abgeschlossen? Die Tür ist auch abgeschlossen? Ähm. Wie? Ach so. Hä, das ging doch gerade nicht. So. Hat alles hier funktioniert? Kazumi, Gott sei Dank. Hallo. Kaz, du musst mir helfen. Alter. Richtig, El. Bevor sie das EUVAC-Systeme verhören. Ja, wa? Da, da, meins. Meiner. Ich nehme den. So. Okay. Setting Trajektorie. Prepare to eject. 3, 2, 1. Go. Boom. Oh man. Ey, schieß mich nicht in die Sonne. Okay. Oof. See you. Peace out. Bye. 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 Oh, guck mal, da links ist das einfach nur so eine Sonnenspiegelung oder ist das wieder dieses Ding? Das ist wieder dieses Ding, ne? Was ist es? Ähm, kann ich vielleicht was... Ach, ich kann... Ist das so? Wow. Danke, Spiel. Danke. Das hätte ich nicht gedacht. Kein bisschen. So. Sind wir gleich da? Wo flieg ich überhaupt hin? Das ist wie so ein Eisplanet. Hm, okay. Es ist ein sehr langer Flug. Also, ähm... Okay. Okay, von wo gucke ich da gerade? Ja, ich will doch auch nicht rennen. Ich will doch nur wissen, was hier abgeht. Ja, ich will doch nicht rennen. In loving memory of William Malcolmson, 1955 bis 2015? Ähm... Was? Ähm... Was? Aber warum... Hä? Bin ich jetzt doof? Gibt's da mehrere Episoden von? Eventuell? Ich weiß nicht. Hallo? Ähm... Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich jetzt davon halten soll. Ich werde mich gleich mal kurz erkundigen, ob man... nicht ob man, ob es davon noch irgendwie mehrere Episoden gibt oder so... Aber sonst, äh... Warte mal, ich muss mal ganz kurz... So... ...löppet, würde ich sagen. Das läuft. Ja, bevor war das hier... Ambit. Gut, das war jetzt ein relativ kurzes Vergnügen. Ähm... Ja, was... Was dann so als nächstes kommt, äh... Da würde ich mich dann doch direkt mal überraschen lassen... Geht's doch weiter? Oh mein Gott, es geht weiter. Oh, ich habe nichts gesagt. Scheiße, es geht weiter. Entschuldigung. Das sah jetzt so nach Ende aus hier. Was ist hier? Ist hier irgendwas? Okay, dich mache ich fertig. Dich mache ich fertig. Mache ich vielleicht nicht, weil du bist, glaube ich, ich, ne? Yeah! Okay, das ist das, was wir gerade... Das sind jetzt wir... Ähm... Achso... Was stimmt denn nicht mit euch? Hallo? Gut, äh, das Spiel ist nicht zu Ende. Ist, äh... Ja... Ist wahrscheinlich in mehreren Episoden geschrieben worden. Und... Ich habe keine Aufgaben. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Machen muss. Okay. Was war das denn? Ah, okay. Ich wollte gerade fragen, sind das echte Fotos? Aber ich glaube eher weniger, ne? Verdammt schick gerendert. Ha! Genau. Oh, das muss man bestimmt in einer bestimmten Reihenfolge machen, ne? Äh? Okay, muss man vielleicht doch nicht, weil man kann nichts mehr ändern. Was zur Hölle? Sind wir das? Danke fürs Spielen. Ist es doch zu Ende? Oh, das Spiel hat er, du machst mich fertig. Okay, es tut mir leid, ich sehe in diesem Spiel jetzt nicht wirklich viel Sinn. Bild-Effekte entsperrt? Achso. Was sind denn die Bild-Effekte? Anzeige. Bild-Effekte. Traum, Traum 2, Nirvana, Linien. Träte, Pfanne, Ab. Ja, super. Ja. Schön, gut. Und dann würde ich sagen, Leute, komisches Spiel, also finde ich, vielleicht hat es euch ja gefallen, vielleicht habt ihr ein bisschen mehr was verstanden von diesem Spiel. Wenn ja, dann, weiß ich nicht, haut es einfach mal in die Comics rein. Wenn nicht und ihr genauso ratlos seid wie ich, ähm, haut es einfach trotzdem in die Comics rein. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, lasst mir einfach einen Daumen nach oben da und ein Abo. Das würde mir schon ein bisschen weiterhelfen. Gut, dann würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Let's Play. Ciao.